Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Schade! 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 Was ist das? Ja. Alkohol für Trage. Ich bin mir schon da drin. Nein, das ist mir nicht. Jo, da ist es mir nicht. Ah, du hast es. Wicke. Oh man. Heinrich, gibst du heute das Kass hinter dir? Nein. Nicht? Das wird hart geworden. Nein, ich werde hier aber reinfahren. Ich kann aber akzeptieren, weil wenn man mein Ding ist, dann rein. Ich kann da oben. Das ist ein Becker-Aufricht wahrscheinlich. Das ist hier in der Gegend nicht gespielt. Martin, du sollst jetzt nicht dringend denken, da gebe ich immer so. Ja. Die werden wieder eitern. Ja, das stimmt immer so. Die Bärmutter. Der Zauberer, der euch den Tresor öffnen wird. Aber meine Mutter, die gebärt. Ja, es geht ja um den Geruch. Ja, das will ich so. Nein, da muss ich erst mal drüber reden. Martin, wenn ihr so wählt, wenn ihr's wählt, nein darfst du keinen Raum verlassen. Du darfst so viel gebären, wie du willst, aber der Geruch ist halt scheiße. Du lass deine Mutter nur. Jetzt denk ich ja schlecht, dass wir mal laden. Jetzt muss ich erst mal, jetzt muss ich erst mal das ausladen. Schau dir einfach mal. Das dauert nicht. Das dauert nicht. Mitte. Jawoll. Mitte Mitte. Jawoll. Greiz und quer jetzt. Ach schon. Ja. Ja. Jetzt kommt der Graus wieder in der Haut hoch. Auf. Weißt schon. Wir wollen mal raus. Ja. Du musst den kohlzen, verriegeln. Oh ... Boi ... Das ist ja schöner, wenn man hier so ist. Ach. 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 Ach, ach. Rassi, Fortschritte, du Schweinehund. Jetzt kann ich es reinhauen. Au, der war schlecht. Machen wir den vor, zurück und hinterher. Vor, zurück und hinterher. Vor, zurück und hinterher. Eihihi. 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 Cool. Und jetzt. Eihihi. Schön schräg. Zu schräg. Schräg. Eihihi. 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 Schau, da ist man richtig. Haben wir die Hälfte? Haben wir die Hälfte zum Spiel? Hauen wir die Zweite. Wir haben die Zweite. Dann haben wir die Hälfte und dann haben wir die Hälfte. Ja, das ist ein bisschen vernünftig. Aber wir haben auch noch jemanden. Weil beim Bete sieht man ja selber, das hat er genau. Die zwei noch. Ich geb's schon frei. Die habe ich auch noch. Ach, die hier machen wir genau. Zwei. Das ist aber auch... Das ist ja... Das ist wie auf der Hälfte. Keine Gefahr. Auch schon selber ist. Außer wenn es dir wäre. Jetzt? Na, ist auf dem Hand. Ja! Ah! Sind sie immer so? Sie gehen mir langsam auf die Nerven. Und dann kommt sie. Die versteckste Gangstelle finde ich einen Arsch. Ah, da ist die Gangstelle. Ah, da ist die Gangstelle. Ja, genau. Einmal in die Karte. Dann schauen wir die Buben. Einmal in die Zigarette. Ja, ja. Die haben wir mal wieder rein. Und sie haben sie rausgeschmissen. Das hat die auch weh. Ja, die auch weh. Das geht ja gar nicht, oder? Oh, schade, ja. Ja, ja, schon. Ja, ja, schon. Na ja, der zieht schon auf. Da hat mir auch ein bisschen Angst vor der Kolonien. Oh, schade, ey. Wenn der Zayel ist ein Mischspieler. Hat keinen Mischspieler. Das ist ein Zeugner. Zeugnerin. Das ist ein Zeugnerin. Hach. 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 Mach doch mal das. Hach mal ruhig, boh. Hach. 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 Das ist der einzige, was richtig ist. Was für mich ist ja. Hach. Der hat auch geschlagen. Hach. 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 Wenn das passiert, dann blickst's dann immer an Immigranten. Jetzt a komm. Da ist die Spieler ebenso. Warte. Oh. Klaus. Das Problem ist doch einfach nicht, dass es heute war, da kann ich was anderes ziehen. Da machen sie doch so komische Spiele da. Siehst du? Da zieht es ganz schön. Da zieht es auf, bis er wieder auf das Behandeln kommt. Ne, ich schätze mal, dass wir die Aufbau haben. Naja, morgen ist er wieder auf. Ja, passiert schon so. Ja, das brauchst du keine, Freunde. Du machst das aber selber schwer. Du kannst ja länger runterziehen. Ja, du musst ja nicht rausziehen. Du hast ein wenig Schweiß von der Stirn. Ja, du hast es nicht gegessen. Du bist schon lange weg. Du bist schon lange weg. Du bist schon lange weg. Jetzt noch mal auf. Schau mal, einmal rechts. Rechts weg. So, jetzt auch, schön gut das Wetter. So, wir haben nicht erwischt, oder? Ja, wir haben nicht erwischt. Ja, wir haben nicht erwischt. Oh, wenn wir alles noch machen, dann werden wir eh nicht. Mal, dann würden wir das bis 3 machen, dann hat man normal. Mal, was bis 3? 3-3, man schiebt. Dann komm, Scheißrat. Komm, wir machen 7 Menschen. Gibt es ein Saar. Danke für die Hände. Du siehst nicht kräftig genug aus, um zu kämpfen, zu ficken oder anzulaufen. Wir haben jetzt einen neuen Kühlgang geschaut, aber das Problem ist, der ist günstig, der kostet 11 Euro, aber der hat ja auch 900 Fuß Kilo und das ist schwer. Ja, ich weiß nicht mehr, 200 Punkte, was stört er, was stört er, was stört er wieder ewig. Das wollte ich halt nicht verletzen, wollte ich auch, ja. Zu kurz, zu kurz, bin ich ja gerne mal auf der Seite, ich fahr kein Chatter mehr. Da steht's ja auch überall, weißt du, wir Ochsen, überall steht er. Ah, da steht er! Oh, fourni am Arm, mir ja was! Nee, ich habe mich. Ja, ich habe mich. Ja, ich hab dich. Oh, wir wollen die, wenn die M enschauen. Da steht er, da steht er. Da steht er. Das heißt, das steht er. Na, jetzt kann ich gehen. Ja, weil ich. Den Ball gehört dir. Genau. Feuer und noch einmal. Noch einmal. Feuer. Immer Feuer. Der Kaus kann sich ausruhen. Der ist vor. Aber das ist ein wenigstens Spiel. Das ist wenigstens. Uuuuh. Das könnte jetzt ganz schön sein. Das kann böse sein. Hau mal, das kommt doch mal. Ruhe, Bewahrer, Ruhe. Hau, noch einmal Ruhe. Der kommt doch mal. Ja. Es herrscht eine Bombenstimmung. Was? Das wird auch noch nicht vermittelt. Aber du kannst mich schon. Du durchst gerade sein Ball nicht. Da können die auch nicht. Du kannst mich. Ja, du möchtest schon Komisches sagen. Du kannst mich schon raus. Du kannst mich schon raus. Jetzt kann ich von wohl in der Banken und dann geht's noch ein. Ich denke mal der Peter kommt die nächsten sechs Monate nicht. Es ist vorbei jetzt. Es ist schon vorbei. Es geht jetzt sauber, Dinger! Nein! Halt euch! Sauber, Kalter! Oh, sauber! Jetzt noch was Hände aufeinander passen. Peter, pass auf. Du bleibst wieder auf die Fetz. Ich möchte mich ablenken. Jetzt kommt der schon mal raus. Der möchte wieder rapsa zack. Okay, da haben wir reinkettet. Schau doch noch. Schau doch noch. Hast du auch wieder einen Zeitvertrag oder was? Ich bin ein Zeitvertrag. Schau doch noch. Der ist kurz vorm Haus nach. Ja, das ist schön. Aber weil es so schlecht mischt. Sauber. Alles kalt, schalte ich nicht. Sehr schön. Der ist ja mal eine Belohnung. Das ist zweimal gut gehalten. Eilig schon. Oh, das ist ein Schlager. Schau doch. Schau doch. Oh, das ist ein Schlager. Jetzt kommt der schon mal rein. Ja, genau. Jetzt ist wieder frei. Oh, das ist ein Schlager. Oh, das ist ein Schlager. conjunto недform gering. Oh jaja. Oh, das ist ein Schlager. Oh, das ist ein Schlager. Oh. Oh ja. Schau Was für den Spannend ist Schauen Oh ich bin Schau Schau Oh, dieses Bellen! Wahnsinn! Entend! Ah, schade! Ja-ah! Meike! Möööö! Mach die böse Frau da weg! Oh! Felt sich schlecht! Ja! Das fühlst du doch jetzt hier! Der tut wohl zurück! Wo war die Kärfer, gell? Der hat das Kärfer! Ja! 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 Junge Hubert! Ist voll gelähmt der Spasti! Ist voll gelähmt der Spasti! Untertitelung des ZDF, 2020